. 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 Aber begegnen sich die PLL-Figuren Alisson und Mona nicht mehr im altbekannten Rosewood, sondern erleben ihre Abenteuer zukünftig in der Kleinstadt Barkon Hikes, trotzdem sind sie in ihren Klamotten sofort wieder zu erkennen. Es ist der erste Tag, an dem ich wieder mit meiner Süßen vereint bin. Mit niemandem würde ich dieses neue Abenteuer lieber starten, freut sich Mona-Darstellerin auf Instagram riesig über die Reunion mit ihrer Kollegin. Im US-amerikanischen Portland ist am vergangenen Montag die erste Klappen bei den Dreharbeiten der neuen Serie gefallen. Auch teilt einen Schnappschuss vom Set. Sie hat sich sogar einen Pärchen-Namen für sich und überlegt, wir sind die Janelle Lübeyan, bringt sie ihre Community zum Schmunzeln. Für Präti Littler-Lias standen die beiden Darstellerinnen sieben Jahre gemeinsam vor der Kamera. Ob auch noch andere PLL-Charaktere in die neue Show integriert werden, ist bisher nicht bekannt. Ja, als ich eine große Idee habe, wir sind von der Lübelele an, zum Beispiel in der mim die Die da in den Klamotten sache, lecker ist das Problem. Daher ist das einfach, wenn sie in der Klamotten da So weit wie sie von der Klamotten, dann wollen sie werden können. So weit wie sie von der Klamotten Creating Am рекe und Anode. So weit wie sie von Klamotten dabei sind, ist es der Klamotten. Untertitelung des ZDF, 2020